So hallo, bloß ganz kurz Erinnerung zum Livestream in ungefähr einer dreiviertel Stunde. Wir spielen Walk Legacy zu Ende, wobei zu Ende so viel bedeutet wie die letzten Upgrades, was nicht mehr so viel ist. Und kurz nochmal ein bisschen die Bosse versuchen, möchte ich nicht allzu lange machen. Ich denke so gegen neun, viertel zehn werden wir dann wechseln auf Shovel Knight und spielen da ein bisschen ins New Game Plus rein. Ich bin ja da gespannt, wie schwer das jetzt wird. Und was man auch so machen kann. Und ja, das sind die Pläne. Sollte wie gesagt nur eine kurze Erinnerung sein. Ich freue mich auf rege Teilnahme. Das klingt so saublöd, aber es macht nichts. Danke fürs Zuhören, bis gleich und tschüss.